So... Ach, neue Stufe freigestaltet, ja? So, wo sind denn die Vorteile? Was gibt's denn hier? Oh, jetzt habe ich einen Durchschlag mehr, 120 Prozent. 60 auf 120, doppelt so viel. Vielleicht kann hier nichts... Weissexperte. Laserhecht, ja. Ausrüstung. Job. Kann man nichts kaufen, ne? Nö. Komischerweise. Ja, ist ja gut. Ja, ist ja gut. So. Oh, geil. So. Ich hoffe, ihr vertraut alle auf jeden Fall. So, meine lieben Freunde. Das ist noch dritte Let's Play. Meine Festkarte kann voll sein. Die ist jetzt noch einmal vorbei. Bis dann im Moment, wenn ich mich nicht verabschieden tue. Dann vorbei, dann vorbei. Bei euch den schönen Kamin hier an. Bei euch den schönen Kamin hier an. Ein guter Start, aber es sind noch viele Sets übrig. Komm schon! Ja. 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 Ähm. Ja. 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 für euch öffnen. Was ist los? Geil, was steht da drauf? BD-Arz, ja. Gute Bilder hier. Coole Map, eine Katakonleuchter. Das ist nett, danke Laserhecht. Oh, komm zu mir. Die Kapsel ist sicher und offen, gut gemacht. Dich haben sie nicht zwischen die Krallen bekommen. Ich bin beeindruckt. Für alle Lebenslast. Töten und heilen. Du hast das Geld verdient. Jetzt gib es aus. Ich hab alles. Alles könnt ihr haben. Merci Conard. Ich kenne sie auch französisch an. Französisch kommt ihr sowieso am besten. Doppelläufig kann ich mir nicht holen. Dennoch nicht. Nächsten Runde. Ach, da spielt eine Frau mit. Deswegen redet ihr hier französisch. Das ist der... Geil. Televiertes Frau, Alter. Gondine. Die Zeit ist um. Geht und tötet mehr Sets. Aber wie gesagt meine lieben Freunde. Das letzte Player kann abbrechen. Endlich ist die Testplatte voll. Aber ich wollte euch das noch zeigen. Wir haben ihnen schön zugesetzt. Aber es sind noch einige. Der Schwer. Der Schwer! Die Leute schreiten. Siehe. alle Maschinen die Treppe hoch, Alter oh geil, hier gehts noch raus, oder was? ja, ich war schon draußen und dort im Ton ja, oha, oha ach du Scheiße weiter so, wenn ihr fertig seid jetzt kann ich die Händlerkapsel wieder öffnen Achtung, mein größer Gegner ich klicke dich wieder zusammen ich klicke jetzt im Keller mit der Winnie rein ich klicke die Händlerkapsel ach, hier gehts raus geil, geil, mit Blitz und Donner, Alter wie gehts deinem Bankkonto? das muss ziemlich fett sein ja, jetzt ist das für eine Aussicht hier für dieses Panorama, ja ich hoffe, wir kommen in irgendeiner Welle bestimmt noch mal aus nein bonjour so, jetzt will ich natürlich wo ist die doppelläufige Schießeisenherr, die wir hier haben so ich bin ja auch schön ich hab die doppelläufige, die Winnie ist erst noch so so recht die Zeit ist fast um wie sieht das mit Munition aus? du hast mehr Sets geortet zurück in den Kampf, Misami ja ich will mich aufhören Misami viel Muggel von Demon Hunter raus gehts, Alter also jetzt locken wir sie mal raus, hier, Alter geil, das Gebäude von außen, Alter im Fernhaus, Alter ist da noch ein Garten, oder was? ja nicht gestärkt, aber es sind noch viele Sets übrig ach du Scheiße, jetzt bin ich hier ganz alleine hier draußen nee, da kommt noch einer ab innen, Keller habt ihr alle noch genug Position? ach du Scheiße, der Große hier, nee, den bring ich nicht ab weg hier ach der alte Mann kann ach du Scheiße, der läuft mir denn hier im Keller rein oh, hier gehts noch eine Kroft rein weg hier, weg hier alter, was gehts denn hier noch rein, ganz unten im Keller alter voll ist noch eine Richtung der Bankenstahl, hatte bist ja auch hier der Große kommt gleich hier unten durch der der gelaufen dort rechts ist er da ist er da ist er da war er mal he 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 was ist das denn hier, Alter, da oben ist ein das hier ein Folterraum, ist das ein Folterstuhl hier? ja aber hundertprozentig, Alter tut dir das hier an, Alter ja hat er ist gebrannt ha 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 geil, ne die hat's so fit aber hier unten im Keller ändert sich auch die Musik, Alter ja säure Küsten hier, Alter säure Küsten hier, Alter erledigt die letzten Sekt dann kann ich die Händler Kapsel für euch öffnen geil, wird hier alles blutig, Alter da wo geht's denn hier noch rein? oh, oh das Labor, oder was? hey die ist ein großer Raum hier oh, hier liegen ja Leichentische, Alter der schneidet das auf Folterkeller, oder irgendwie so ja das ist es dort ist, äh Versuchsanstalt, Alter da rein? ne geil ne, Alter oh, hier ist ne Streckbank, Alter hast du die gesehen? ey, Luca, komm mal her, Alter guck mal hier, Alter die, die Streckbänke hier, Alter die, ja Alter da hängt sogar noch einer ach du Scheiße drei oh nee, du ho ja, guck mal hier hin überall die haut, ey eieieiei schau dir das jetzt auch mal hin, Freunde diese Darkness, ja was übel fühlt sich gut an, oder? was das liegt hier? wenn niemand stirbt na na hier alter, was ist das denn hier? oh, guck mal hier, das Bild hier an der Wand guck mal hier links alter tunnel, alter der noch weiter ja da so, das war's glaub ich ja hier, das war's hier ja, das war's hier selbe also hat sich gelohnt das letzte Pläne noch zu starten, meine lieben Freunde so so, ich brauch nicht bloß mal die Züge die Züge noch füllen brauche ich die nach und Graswaffe gut Novelle oha, 4 von 4 das ist ja ein riesen Map, Alna oh, da höre ich die Chippensäge Der hat es Medical Aaaaah rrrrrr kacke Kein schlechter Abfall, das war aber nur zu tun, nennen. Wow, ey, ne? Boah, die Blitze hier, das wär's ja, ne? Noch eine, alles leer schmeißen hier. Jawoll, sind alle weg. Ach du Scheiße. Boah. Ich bin gleich tot, wenn ich jetzt über meine Idee... Nein, nein, nein! Ich konnte nicht hier reinlaufen. Ach du Scheiße. Boah. Ich hab ein Sammelstück aufgenommen. Hier hinten ist ein Sammelstück drin. Bist du nicht, ey? Ich hab hier ein Sammelstück drin aufgenommen. Was immer das ist, ey. Hier war ein Sammelstück, ja. Hast du auch aufgenommen? Gut. Nichts. 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 Okay. toll. Dieser Schwarm ist fast erledigt. Gute Arbeit. Wir kommen die Händler-Kapsel bald wieder öfter. Boah. Ah, war ich zurück, Alter. Ah! Ah! Los! Boah. Hier sind also zwei große drin. Da ist mein Freund hier hin. Ah, gefällt euch die Show? Oh! 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 Ist das noch in der Saal? Oh, egal! Gut, Ultimo. Oh! Da steht ein großer Kampf bevor. Diese Ausrüstung... ...ist wichtig für dich. Das ist komplett weg raus. So, jetzt brauchen wir wieder neue Muni und alles. das kann man hin und wieder mal ein paar stunden zocken was ich kauf hat sich auf jeden fall gelohnt das führt einen natürlich immer wieder von welle zu welle woanders hin jetzt gehts wieder nach oben wir haben uns natürlich auf den keller geführt das führt einen über die ganze map ich bin wo in den keller reingegangen und dann war ja das rein zu fisch dieses ding auch unten im keller ja schön dass du wieder zurück bist so nachfüllen ja ich kann eins verkaufen man könnte die autos flintel holen 1500 ja das wird was wenn wir die handgeradenwaffe ja aber die kann ich irgendwie nicht ausrüsten die habe ich zwar aber die kann ich nicht ausrüsten es ist nicht falsch letzte chance ich muss die kapsel zu machen ok ich nehme jetzt kann ich nicht tragen jetzt ätzend ich nehme die wieder zurück so so jetzt kommt wieder der dicker ja das ist einer vielleicht ist er hier ein bisschen anders so hier auf engsten raum das kann lustig werden ich kann ich kann ich kann Alle kommen schon nachher, da gibt's keine Zweifel! Ja, hier musst du weg, Alter! Aufpassen! Denn bist du down, Alter! Boah, der hat voll der Rakete geschossen und ich bin tot! Ich bin auch fast verrückt dabei! Das gibt's doch nicht! Kann man mich nochmal heilen? Nee, oder? Nee! Scheiße! Oh, shit! Freut ihr euch? Hohohoho! Das war schön, Lobby voll, Alter! Das cool! Oh, der ist noch lange nicht down! Ich glaube, dass ich gleich zu Anfang an den Turf gegangen bin! Und ich weggelaufen bin! Kinder leicht, dachte ich! Fang weich, Fang weich! Noch einer tot! Doch, das schaffen wir nicht! Da liegt noch ein Ding ab! Da kann ich mich ausheben! So, die Aufnahme ist gespeichert! Das Testball ist voll! Oh! Oh, die hatten Raketenwerfer, die Gaugel! Blondine mit ihren roten Rot, Alter! Ah! Ah, ich schau dir zu! Ah, Munition! Ja! Das war nicht viel, aber... Das war nicht viel, aber... ...ja! Das war nicht viel, aber... Hast du noch mal nicht? Wie? Ich dachte auch, ich hab hier Munition! So! Der Ritter da! Geil, die Statue! Alles voll Blut hier, Alter! Ja, aber das Spiel ist jetzt nicht so geresentibel, dass man das total Schock tut, oder so! Das ist so wie Dead Island! Das kann man locker spielen! Ohne Probleme! Diese Spiele sind für mich nicht so heftig, oder so! Das sind Fun-Spiele! Sind geil! Oh nein! Ich hab's mir gedacht, ich hab das gesehen, Alter! Das sind die Raketen, Alter! Ja! Der ist noch nicht mal rot, Alter! Da schocken wir nicht! Glaub ich nicht! Ich hab extra die jene Waffe weggehauen und mit den Raketenwerber geholt! Du weißt auch nicht, wann er die Rakete schießt! Nee! Das sieht man nicht, oder? Man kriegt auch keine Vorwarnung! Ich hab gedacht, jetzt steht er da schön gut da! Ja! Ich schieß meine Rakete und ja... Da lebt nur noch einer! Oho! Er kriegt ja noch in die Fresse, Alter! Nee, ist noch einer! Nee, ist noch einer! Super! Ja, der haut nur noch ab! Hahaha! Boah! Er hat die Tür eingerammt! Boah! Ja! Das wusste ich schon, als ich gestorben bin! Ja, in diesem Haus kannst du keine Chance! Niederlage, die erste Niederlage! Das ist das Folter anwesen, ja! Genau, ja! Nicht schlecht, ey! Hm! Oh! Ich könnte doch wieder meinen Namen hier, Robin Hood, auf YouTube schreiben, oder? YouTube-Kanal! Wie du das gemacht hast! Deine Internetseite! Könnte ich ja auch Werbung für meinen Kanal machen! Das müsste doch gehen, oder? Ja! Keine Mucke, Alter! So, was nehmen wir? Ja! Ja! Ja, das ist heute, mit dem wiederf Blau! Ja!